Hallihallo meine lieben Turnfrauen und willkommen zu einem neuen Video in meiner Turnwelt. Heute mache ich ein paar Dinge, die sich welche von euch gewünscht haben. Dann würde ich auch mal sagen, los geht's! MS Athena, ich weiß zwar nicht, ob das der richtige Name ist, aber du hast dir auf jeden Fall gewünscht, dass ich eine Brücke zwei Minuten lang halte. Damit das nicht zu langweilig für euch spielt, mache ich das nachher im Zeitraum vor. Katerina und Lena, ihr beide habt euch gewünscht, dass ich einen Spagatsprung mache. Davon gibt es verschiedene Ausführungen, einmal auf dem Trampolin und einmal auf dem Boden. Ich fange an auf dem Trampolin. Als erstes mache ich einen normalen Spagatsprung. Jetzt mache ich einen Durchflussprung. Als erstes mache ich einen normalen Spagatsprung. Auf dem Boden sieht er natürlich nicht so schön aus wie auf dem Trampolin, weil man auf dem Trampolin viel mehr Schwung hat. Jetzt mache ich einen Schritsprung. Felicitas, du hast dir gewünscht, dass ich fünf Träger hintereinander mache. Für dich mache ich fünf Träger. Träger, du hast dir beide nicht mehr so schön aus觉, aber ich finde ihnen sehr gut. Ich fange in Ponce und also in keinem Land, So, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Wenn irgendjemand von euch noch einen Video-Wunsch hat, dann schreibt mir doch unten in die Kommentare. Dann würde ich auch mal sagen, bis zum nächsten Video und Tschüss!